Am Valentinstag sollte man seinem Partner die wichtigsten drei kleinen Worte sagen. Wie lauten Ihrer Meinung nach die drei kleinen Worte, die man am Valentinstag sagen sollte? Wann gibt's Essen? Verliebte Paare haben Kosenamen füreinander wie Schatzi oder Bärchen. Was sagt Ihr Freund meistens zu Ihnen? Du stehst vor dem Fernseher. Das Schönste am Valentinstag sind die Überraschungen. Mit was hat Sie Ihren Mann letztes Jahr am Valentinstag überrascht? Mit einer neuen Freundin. Zum Valentinstag werden gerne Stofftiere verschenkt, wie zum Beispiel Bären oder Hasen. Wenn Sie die freie Wahl hätten, was hätten Sie gerne zum Kuscheln am Valentinstag? Heidi Klum.